Der Rasenfunk. Kurzpass. Frankreich steht im WM-Finale. Wer hätte das gedacht? Vielleicht David Froschier de Paul-Levin von 93, mit dem wir hier schon mehrfach gesprochen haben im Kurzpass und das auch heute tun wollen. David, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hallo. Ich imaginiere dich mir in der Tricolor sitzend, stehend, jubelnd. Gestern oder heute Morgen? Das wird ja wohl bitte bis heute Morgen noch gehalten haben. Das zweite Finale innerhalb von zwei Jahren. Ja, es war so ein bisschen antiklimaktisch, dieses Halbfinale. Die erste Halbzeit saß ich wirklich auf der Sofakante und habe gesäuft und gestöhnt und gejubelt. Ich habe es gestern schon getweetet. Der Vergleich, der mir einfiel, war die erste Halbzeit war ein bisschen ein Spiel, dass ich wirklich heiraten wollte. Die zweite Halbzeit war dann das, was passiert, wenn man geheiratet hat. Aber etwas unterkühlte Frau, genau, oder den attraktiven, aber unterkühlten Mann geheiratet hat und der Ehealltag einkehrt, inklusive des Tores wohlgemerkt, das so überraschend kam, dass ich erst mit Verschwörung gejubelt habe. Und die Nachspielzeit war dann das Flirten mit der Scheidung. Warum tust du das? Du bist doch ein guter Ehemann, du hast das nicht nötig. Du hast es so gut bei mir. Tu mir das nicht an. Ja, aber deine Mutter. Das ist ein wunderbarer Vergleich, was dieses Spiel wirklich ganz gut einordnet. Mich würde jetzt halt interessieren, was glaubst du waren denn die Gründe für das Auseinanderklaffen dieser Zweihalbzeit? Also ich finde, die zweite Halbzeit lässt sich ein bisschen einfacher erklären als die erste, denn meinem Eindruck nach war es so, die zweite Halbzeit war die Reaktion auf die erste Halbzeit. Wir haben ja Zeit heute, ne? Wir haben endlich mal nur einen Spiegel, das wir sprechen können. Ja, natürlich. Dann fange ich eher mal am Anfang an. Ich fand die, nee, ich würde sogar umgekehrt sagen, ich fand die Anfangsphase war für mich erklärbarer, weil ich hatte das Gefühl, Belgien hatte einen sehr klaren defensiven Plan. Ja. Sie haben Mbappé konsequent zugestellt, sie haben ihn zu zweit oder zu dritt attackiert. Vertonghen, Dembele, Hazard, teilweise sogar Fellaini haben ihn zugestellt und erstaunlich erfolgreich. Gleichzeitig hat Hazard Pavard so gut beschäftigt auf seiner Seite, dass er sehr zurückhaltend agiert hat und dadurch war diese starke rechte Seite der Franzosen erstmal aus dem Spiel genommen. Also mal abgesehen davon, dass Mbappé gleich in der ersten Minute Chance hatte, aber so vom Gesamtgefühl her kam er nicht ganz so gut durch, was dann den interessanten Effekt hat, dass plötzlich die linke Seite stärker wurde. Also ganz generell hat mir natürlich die ziemlich gut gefallen in dem Spiel, die natürlich aber insgesamt einfach doch ein bisschen weniger offensive Durchschlagskraft hatte. Und dieser belgische Plan hat ziemlich gut funktioniert, fand ich. Die zweite Sache war ja, dass Martinez Fellaini Pogba auf den Hals gehetzt hat und die sich beide einen großen Kampf da im Mittelfeld geliefert haben und Pogba förmlich zerrissen war, ob er Pavard gegen Hazard helfen sollte oder bei Fellaini bleibt. Wobei die haben sich auch gegenseitig gedeckt. Also klar, Fellaini hat einerseits Pogba aus dem Spiel genommen, aber andererseits hat ja Pogba auch vor Fellaini teilweise neutralisiert. Und das war, also das war in der Anfangsphase war das ein wunderbares Gemälde, wo ich echt tatsächlich zum ersten Mal das Gefühl hatte, ich möchte mir dieses Spiel gerne nochmal anschauen und nochmal schauen, was da an verschiedenen Ecken auf dem Platz überall passiert, weil sich gerade Leute zustellen, gegenseitig decken, Räume schließen, dann sich doch wieder Räume öffnen, weil du halt Leute wie Hazard oder dann doch Mbappé nicht komplett kontrollieren kannst. Es war aus der Taktik-Kamera ganz toll anzuschauen, das kann ich dir sagen. Also ich habe ja immer die Taktik-Sicht nochmal nebenher laufen bei den Spielen, die ich live zähle, weil im Real Life gibt es das leider nicht. Und dann ist es immer ganz interessant, wo guckt der Max mehr hin während eines Spiels? Bei sehr, sehr langweiligen Spielen gucke ich sehr viel auf die Taktik-Kamera, weil dann verpasse ich ja auch auf dem Fernsehbildschirm, der bei der ARD 30 Sekunden vorne ist, bei ZDF eine Minute 30. Keine Ahnung, was die da unterschiedlich machen mit ihren Apps. Und bei dem Spiel war es aber so, dass es wunderbar war, die Taktik-Kamera sich anzugucken, weil man genau das gesehen hat. Man hat auch gesehen, dass Belgien zum Beispiel einen klaren Rechtsfokus hatte, dass man vor allem in den ersten 25, 30 Minuten ganz viel den Ball auf der rechten Seite hatte, aber meiner Meinung nach immer mit dem Ziel, ihn auf die linke Seite zu bringen, zu Hazard, der dann nämlich mehr Platz hat, um ein 1 gegen 1 zu gewinnen. Und bei Frankreich hast du gesehen, gegen den Ball ist das einfach gut organisiert. Du hast genau dieses Pärchen Fellaini und Pogba, deswegen konnte man Fellaini nie so ganz greifen. Welche Rolle hat er jetzt eigentlich? Er war ja kein klassischer Zehner. Aber ich glaube, seine Rolle war genau die, dass Pogba in der Sekunde, in der er den Ball bekommt, nicht erst noch ein paar Meter gehen kann, sondern er muss dann gleich die Entscheidung treffen. Gehe ich ins Dribbling oder spiele den Ball. Und da hat er dann häufig auch den Sicherheitspass gespielt, was gut ist an den Positionen, an der er sich aufgehalten hat. Also es war wirklich schön anzusehen. Ja, und dieser Rechtsfokus ist ja auch nicht verwunderlich bei Belgien, weil du hattest ja mit Chadli auch den einzigen echten Außenverteidiger, der mit nach vorne gegangen ist. Das heißt, du musstest ja im Spielaufbau schauen, dass Chadli mithelfen kann, den Ball nach vorne zu bringen, weil Fred Tongen hat es auf seiner linken Seite nicht gemacht. Ist ja kein Außenverteidiger in dem Sinn. Und dann hast du aber mit Hazard die gefährliche Waffe auf der linken Seite, wo der Ball dann wiederum eigentlich hin muss, der ja wirklich auch Pavard schon auch ein bisschen gezeigt hat, so hier, jetzt bist du mal gelobt worden in der WM ein paar Spiele lang. Jetzt sage ich dir mal, wieso ist es in der Weltklasse anzukommen. Mit jedem Dribbling sank die Transfersumme um ein paar Millionchen. Also Benjamin Pavard immer noch ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber du hast einfach gesehen, wie selten eine so offensive Klasse ist, wie du es bei Eden Hazard gesehen hast und auch bei Kylian Mbappé. Fred Tongen hat sich nach Kräften bemüht und vom reinen Matchup her, allein von der physischen Ausgestaltung her, dachte ich mir vor dem Spiel, oje, das könnte ja was werden da auf dem auf dem linken belgischen Flügel mit Fred Tongen gegen den kleinen, gegen das kleine Go-Kart Mbappé. Aber sie haben sich bemüht, aber du hast gegen Spieler, die aus dem Stand heraus Tempo aufnehmen können. Und zwar nicht innerhalb der ersten 5, 8 Meter, sondern innerhalb der ersten 2, 3 Meter ist Mbappé schneller als andere Leute, die 10 Meter schon gesprintet sind. Gegen solche Leute wird es schwierig. Und das hast du auch bei Pavard gegen Hazard gesehen, wobei Hazard sowieso für mich so ein bisschen der, also wäre Belgien ins Finale gekommen, wäre es für mich der klar beste Spieler des Turniers gewesen. Ja, ja. Also es gab halt, also ich fand es schon auffällig, wie diese starke rechte Seite der Franzosen am Anfang sich schon festgedribbelt hat ein paar Mal. Und es gab für mich eine ganz auffällige Situation, 36. Minute, als Griesmann zentral durchgestartet ist und den Ball hatte und Mbappé auf rechts auch gestartet war. Und da hast du, also ich meine, zu glauben, dass du gesehen hast, wie bei Griesmann kurz die Räder gerattert haben, spiele ich den jetzt wieder nach rechts, wo er versandet, dann gehe ich zentral durch. Genau, ist dann zentral selbst durchgegangen, hat sich dann aber auch verhakelt am Ende. Und also wie gesagt, Belgien hatte einen schönen defensiven Plan, was mir bis zum Schluss gefehlt hat, war eigentlich der offensive Plan. Ehrlich? Ich glaube, den gab es, der hat nur diesmal nicht zu 100% funktioniert. Meine Theorie ist also zum einen die Überlagerung und dann die Seitenverlagerung auf Hazard und wo es immer gefährlich wurde, aber das hat Frankreich sehr gut verhindert, ist immer, wenn vor allem Hazard, manchmal auch Kevin de Bruyne, wenn die den Ball nehmen und quasi den Robben laufig machen, also sprich von der Außenlinie halbwegs parallel, beide machen es lieber ein bisschen diagonaler, was eigentlich sogar noch besser ist vom Winkel, in dem man dann die Pässe spielen kann, zur Mitte des Feldes ziehen, dann ergaben sich immer tolle Passmöglichkeiten. Das hat aber Frankreich sehr gut zugestellt, auch ein Golo Kante, unglaublicher Spieler, also unglaublich, das hat man auch wieder in diesem Spiel gesehen, dieser Mann hat einfach, entweder er sieht es oder er spürt es oder er lernt vorher auswendig, was seine Aufgaben sind, aber der weiß, wo er stehen muss. Es gibt ja immer wieder so Situationen, wo eine Chance zustande kam und dann guckt man in der Wiederholung, hätte da nicht irgendjemand stehen sollen, wo ist eigentlich XY und Kante steht immer richtig und das war auch der Grund, warum Belgien das nicht so häufig machen konnte. Was aber glaube ich schon, der Plan war, war nicht nur über Verlagerungen Hazard erst zu isolieren im 1 gegen 1 und dann ihm damit die Möglichkeit zu geben, ihm dieses 1 gegen 1 zu gewinnen und dann ein bisschen Raum zu haben, sondern ich glaube, der Plan war schon auch, auf der rechten Seite selbst bis zur Grundlinie durchzubrechen. Also Kevin De Bruyne rauszuziehen auf die Seite, Dembélé neben Witzel in die Mitte zu stellen, das hatte für mich nicht nur, weil Meunier gesperrt wäre als Grund, sondern in der Analyse hätte ich auch gesagt, die linke französische Abwehrseite ist die tiefer stehende, die aber auch etwas weniger qualitativ gut besetzte Seite, ohne jetzt sagen zu wollen, Hernandez wäre schlecht und Mathieu, aber ich finde, es ist eine andere Qualität als Pavard und Mbappé, auf der anderen Seite vor allem auch eine andere Brisanz, wenn du da mal einen Zweikampf verlierst. Also wenn du gegen Pavard den Ball verlierst, dann hat er sofort die Passoptionen auf Mbappé und das ist gefährlich. Und deswegen war, glaube ich, der Plan meiner Meinung nach schon auch über den rechten Flügel viel zu machen, da haben sie sich nur festgelaufen. Das heißt, der Plan ist nicht so aufgegangen, während es gegen Brasilien so war, dass wir quasi den Offensivplan, der hat wahrscheinlich 1 zu 1 so funktioniert, so wie es geplant war und der Defensivplan eher nicht ganz so, hatte ich jetzt den Eindruck, gegen Frankreich hat der Defensivplan eigentlich sehr gut funktioniert, aber beim Offensivplan haben ein paar Dinge, die man sich vorgenommen hat, nicht funktioniert und unter anderem war man auch ein bisschen, fahrig ist das falsche Wort, aber es gab drei Situationen in der ersten Halbzeit, in der einmal Lukaku, einmal De Bruyne und einmal war es, glaube ich, Chutley, den falschen Laufweg machen, beziehungsweise es wird ein Pass gespielt und der Mitspieler dachte, okay, jetzt kommt er mir entgegen oder er geht jetzt tief, was man auch gegen Brasilien nicht gesehen hat. Also irgendwas hat bei denen auch in den Automatismen da nicht gestimmt. Ja, es gab einmal diese Situation, wo der Ball auf Lukaku durchkam und der so überrascht wurde, dass der Ball auf ihn kam, dass er ihn nur mit der Schulter erwischt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, das muss gegen Ende der ersten Halbzeit, glaube ich, gewesen sein. Ähm, ja und vor allen Dingen auch, also wenn der Plan war, die linke französische Seite auszunutzen, Mathieu Die hat ein großartiges Spiel gemacht, fand ich. Ähm, also der ist ja auch, der ist ja auch am Ende vom Platz gewankt, wie ein Boxer kurz vorm K.O. Gut, der hatte auch einen Zusammenprall vorher, aber, ähm, der hat, also die Statistik sagt, er hat sechs erfolgreiche Grätschen gesetzt. Mhm. Rate mal, wer der letzte Spieler war, dem in einem, äh, äh, Spiel, ähm, in einem Turnierspiel das gelungen ist. In einem Turnierspiel oder in einem Spielfinale? Von einem Frankreich, äh, Didier Deschamps. Ja. Didier Deschamps, 98 gegen Italien. Jawoll! Cool. Ja. Ähm, ja, hat zwölf seine 14 Zweikämpfe gewonnen. Äh, gleichzeitig aber noch drei Schüsse aufs Tor, zwei Vorlagen, vier Fouls gezogen. Er hatte, glaube ich, ein, zwei Ballverluste, die gefährlich waren, aber ansonsten, ähm. Ja, und vor allem nichts zugelassen auf der Seite, die Belgien überlagert hat. Also, das muss man eben sagen, wenn wir auf der einen Seite sagen, Offensivplan nicht ganz aufgegangen, muss man auch sagen, wenn du eine Seite überlädst mit Kevin de Bruyne, mit Chudley, Witzel ist immer wieder mit rausgezogen, Fellaini ist auch, also der war ja überall und Lukaku stand auch oft häufig auf diesem Flügel. Also, wenn du mit dieser Überladung eigentlich keine gefährliche Situation erzeugst, ich erinnere mich gerade an nichts, was über die rechte Seite wirklich initiiert wurde, dann muss der Gegner da auch was sehr gut gemacht haben und dann musst du Mathieu Di nennen und man muss auch Hernandez nennen. Also, das war eine blitzsaubere Leistung, aber Mathieu Di würde ich auch zustimmen. Ich fand auch, dass Griezmann, es ist schwierig, das jemandem zu beschreiben, der vielleicht nicht so viel auf Taktikkameras guckt. Ich glaube, das ist wirklich ein Blick, den man da braucht. Aber wie wichtig Griezmann in der Bewegung gegen den Ball ist, das ist in diesem Spiel nochmal richtig aufgefallen. Denn Frankreich hat es ja wieder gemacht, also das wird jetzt auch, glaube ich, so bleiben. Frankreich ist nicht die Mannschaft, die hoch anläuft. Frankreich empfängt den Gegner bei sich in der Hälfte und sagt, also, wir haben euch schon mal hier, hier ist unsere Hofeinfahrt, ihr über die Mitte braucht ihr nicht kommen, da ist alles zugeparkt. Die Außenzufahrtswege zu unserem Haus, die haben wir mal freigelassen. Guckt doch mal, was ihr da machen wollt. Aber Obacht, da wird schnell ein bisschen holprig und das ist ja so ein bisschen und du hast Giroud, der eher so Passwege zustellt und Griezmann ist immer so ein bisschen der, der da auch ein bisschen Anlauf mit reinbringt, der manchmal auch überraschend rausrückt und der vor allem das Zentrum zustellt, die Pässe ins Zentrum. Wobei Giroud, die es mal auch einmal hat, diesen wunderbaren Anlauf vor, mit langem Bein den Ball abgefangen hat. Ach ja, stimmt richtig, ja, hast recht. Stimmt, wobei das, glaube ich, sogar in der gegnerischen Hälfte noch war. Aber ich finde, Griezmann hat so tolle Laufwege gemacht. Nee, 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 das war kurz vor dem Strafraum irgendwie. Das war im Grunde eine wunderbare Chance. Ich glaube, auf Mathe, die hat er dann gepasst und haben es dann leider nicht zu Ende gespielt. Ach ja, richtig, ja, hast recht, genau. Aber was ich nur sagen wollte, ist, Griezmann hat da so schlaue Laufwege gemacht und vor allem dahingehend, dass er, also der nutzt seinen Deckungsschatten super. Du hast das Gefühl, also Deckungsschatten bedeutet, liebe Hörerinnen und Hörer, dass quasi, man kann ja durch einen Menschen nicht hindurch passen. Das heißt, wenn jemand vor euch steht, dann gibt es einen Bereich hinter ihm, der ist quasi ein toter Winkel, in dem man den Pass nicht spielen kann. Und gefühlt ist er bei Griezmann größer als bei anderen Spielern, weil er den so geschickt einsetzt. Und was ich aber besonders toll fand war, bei all der Defensivarbeit, die er gemacht hat, war er immer in der perfekten Situation, hätte Frankreich den Ball erobert. Das heißt, die Konter hätten jederzeit gefahren werden können. Es wäre nie so gewesen, dass Griezmann mal an der falschen Stelle gestanden wäre. Und das ist auch ein Unterschied zu ganz vielen anderen Spielern. Selbst Lionel Messi holt sich irgendwo hinten im Sechserraum den Ball. Was zur Hölle soll das? Du fehlst vorne drin, Junge, das darfst du nicht machen. Also vielleicht habe ich mich da jetzt auch zu sehr auf Antoine Griezmann fokussiert, aber der hat mir wirklich gut gefallen. Der ist für mich, für mich ist der das Gesicht dieser Mannschaft. Ja, und das meinte ich auch mit Gemälde. Also natürlich war es, es war schon ein, vermutlich auch für neutrale Zuschauer, nochmal ein bisschen frustrierenderes Spiel, weil ganz viel über die Abwehr ging und Frankreich sehr tief stand und beide Seiten die Räume zugemacht haben. Und es gab ein paar schöne Chancen, aber viele der Chancen wurden auch erstickt, einfach durch schlaues Zulaufen des Gegners. Aber die Art und Weise, wie die Leute sich positioniert haben jeweils, also nochmal, ich tatsächlich, ich hätte Lust, vor allem gerade diese erste Hälfte mir nochmal in Ruhe anzuschauen, gerne auch mit Taktikkamera und allem drum und dran. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Weißt du, was für mich das Überraschendste in dieser ersten Hälfte war? Nein. Dass Frankreich angeblich Elftorschüsse gehabt habe und Belgien drei. Dabei war für mich der Eindruck, dass Belgien die gefährlichere Mannschaften nach vorne drin waren in dieser ersten Hälfte. Es gab auch so eine Phase, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt schnuppern sie richtig am 1 zu 0. Da hat dann auch Lloris richtig gut gehalten. Und mein Gefühl war eben, dass diese erste Halbzeit deutlich an Belgien ging. Ich war da eher von Frankreich ein bisschen, naja, überrascht hat es einen ja nicht, wie Frankreich dieses Spiel angegangen ist. Aber ich dachte mir, okay, ich hätte mir es ein bisschen ausgeglichener erwartet. Dann gucke ich mir die Torschussstatistik an und sehe, okay, elf Abschlüsse Frankreich, drei von Belgien. Das hat sich genau umgedreht angefühlt für mich. Ja, wobei das auch sein könnte, dass, wenn die Frage ist, was wird als Torschuss gewählt, was wird als Torschuss gezählt und wo waren vielleicht sehr interessante Angriffe, die nicht zu Ende ausgespielt worden sind, aber potenziell hätten gefährlich sein können. Also natürlich gab es diese, es gab diese großartige Chance auf ein paar Warr, die Quartal anklärt, wenn man in seinem Rückraum steht, der 39. Genau. Aber es gab zum Beispiel auch den Schuss aus der Drehung von Aldeverell nach der Ecke. Es gab in der 16. Minute, als Loris angelaufen wird nach dem umgenauen Pass und dann der Ball direkt weitergeleitet wird von de Bruyne auf Hazard und dessen Schuss geht dann knapp vorbei. Er hätte vielleicht auch noch querlegen können. Also da gab es schon ein paar Szenen. Ach ja, genau, das eine Dribbling, noch eine 19-Minute-Hazard, zieht wunderbar in den Strafraum, schießt und Varane muss da auch irgendwie mit dem Kopf ran und köpft ihn ganz knapp über den eigenen Winkel. Ja, 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 ja. Da war Belgien schon näher dran, fand ich. Also ganz generell hat sich Frankreich schon sehr, sehr stark auf wirklich überragende Innenverteidiger verlassen, sowohl Varane als auch Umtiti. Und dann Loris natürlich sowieso hinten drin, also wenn du so ein Torhüter hast. Ja, Wahnsinn. Mit solchen Reflexen auf der Linie. Beide Torhüter, grandios, grandios. Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass Frankreich sich nochmal ein Stück mehr auf tatsächlich auch die Einzelleistung seiner Spieler verlässt. Ich finde das ja seit diesem Peru-Spiel, dass sie mit 1 zu 0 über die Bühne gebracht haben, wo ich immer dachte, Jungs, warum macht ihr denn nicht das Zweite? Also warum wollt ihr denn nicht mal, macht doch den Deckel zu. Ja, oder Uruguay ja auch. Genau, ja. Ja, aber vielleicht ist das auch gut erklärbar, dass das bei Frankreich so ist und bei Belgien im Gegenzug dazu nicht. Frankreich steht jetzt zum zweiten Mal innerhalb von zwei Turnieren, die gespielt wurden im Finale. Frankreich hat eine Mannschaft aus Spielern, die mehr Titel gesammelt haben, würde ich jetzt sagen, als die belgische Mannschaft gegenüber. Und ich glaube, bei Belgien schwingt, weil eben einfach aus der Geschichte, ich glaube, das ist so ein fußballkultureller Code, der da mit reinkommt. Bei Belgien schwingt immer der Zweifel mit, so wie auch heute Abend bei Kroatien der Zweifel mitschwingen wird. Und ein bisschen vielleicht bei England auch. Und bei Frankreich ist es aber eher das Ding, ja, wir sind jetzt bis hierher gekommen und uns fehlt ja im Grunde nur das Tor. Das machen wir schon noch irgendwie. Wir müssen auch irgendwann dann über die zweite Halbzeit reden, David. Das kann ich dir nicht ganz ersparen. Also die haben irgendwie ein anderes Selbstverständnis. Und dann wirkt das so von außen, als würden sie sich mehr darauf verlassen. Also das hat man bei Deutschland auch ganz häufig, dass man sich denkt, boah, ey, die wissen aber halt auch wirklich, dass da hinten Manuel Neuer drinsteht. Und deswegen lassen die manchen Schuss auch zu oder rücken auch manchmal ein bisschen wild raus, weil sie wissen, na gut, der Typ steht ja eh 40 Meter vor seinem Kasten, der macht das schon. Ich glaube, das ist aber gar nicht so angedacht. Das ist eher so eine Haltungssache, dass du halt das Gefühl hast auf dem Platz, uns kann nichts passieren, weil ich habe hier noch meinen Nebenmann und der hat schon 15 Mal gerettet. Der wird es jetzt auch ein 16. und bei Belgien ist es, die haben eher manchmal das Gefühl, boah, hoffentlich macht er jetzt nicht, hoffentlich hat er jetzt nicht irgendwie einen Gehirnfurz und macht irgendwas Blödes und wir und unsere große Chance hier geht flöten. Ja, aber ich schon auch glaube, dass das ein starker Mentalitätsdrall ist, den Didier Dichon da reingebracht hat mit, das entspricht ihm, das ist seine Philosophie, seine Denkweise auch. Ja, er hat halt das Arrogante aus dieser Haltung rausgenommen. Also diese Haltung ist halt unterfüttert mit einer Leistung, die sehr nah an einem taktischen Plan dran ist. Das ist das, was Frankreich früher häufig gefehlt hat. Die guten Spieler waren ja immer da und das Selbstbewusstsein war auch immer da und dann ist man halt selbstbewusst ausgeschieden. Ja. Ja, wobei wie gesagt, ich hatte es in der letzten Folge schon mal erwähnt, die Mannschaft ist nicht mit diesem Selbstbewusstsein ins Spiel reingegangen. Das erklärt möglicherweise auch eben dann die bisschen holprigen Spiele, gerade gegen Australien am Anfang. Also Umtiti und Varane hat durchaus noch dieses Testspiel gegen Kolumbien in den Knochen gesteckt, dass man 2-3 verloren hat. Dann kurze Zeit später hat sich Kostell nie verletzt und dann war plötzlich die Aufregung groß, oh Gott, können die das. Loris musste sich in dem Interview kurz vorher noch rechtfertigen gegen angebliche Klöpse, die er in der Saison vorher gemacht hat mit der Gegenfrage, was ist denn genau ein Klops? Was heißt denn Klops auf Französisch? Boulette. Och, Segui Boulette. Kann das sein, dass Frankreich das Weltmeisterschaftsturnier Deutschlands von 2014 kopiert? Frankreich macht gerade den Vergleich zu 98 natürlich, wo ein Verteidiger sie gegen Paraguay weitergeschossen hat und dann... Ach ja, richtig. Ja, stimmt. Das habe ich nicht mehr so vor Augen gehabt. Ja, das ist recht klar. Stimmt. Und dann Thüram auch noch. Deswegen wurde gestern auch Umtiti mit Thüram verglichen. Klar, logisch. Und auch da war es so, dass Givage zum Beispiel offiziell Nummer 9 war und kein einziges Tor gemacht hat. Das ist das, worauf Giroud in letzter Zeit immer wieder abhebt, wenn er gefragt wird, ob es ihn beunruhigt. Und dann freue ich mich ja auf 3 zu 0 vom Petit und frage mich, wer soll das sein? Und Chris Mann macht zwei Kopfballtreffer im Finale. Okay, hätten wir ja alles geklärt. Zweite Halbzeit, David. Du hast schon gesagt, die zweite Halbzeit war dann so der Alltag in der Ehe. Was hat dir denn da gefehlt, obwohl da ja das entscheidende Tor geköpft wurde und dich hat es überrascht? Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen ein End-Now-Goal-Gefühl, weil ich mir dachte, okay, irgendwie Frankreich kam gut aus der Halbzeit. Man hatte schon vorher eine wunderbare Chance für Giroud. Und dann eben diese Ecke, die auch aus einer Chance heraus entstand. Und dann am kurzen Pfosten um Titi. Ich würde dann auch Fellaini gar nicht den riesigen Vorwurf machen. Das ist ultra schwierig zu verteidigen, da am kurzen Pfosten. Da hat der Stürmer immer einen natürlichen Vorteil, weil er das richtige Timing hat für den Absprung. Ja, und dann ist es halt ein 1 zu 0. Und ab dann haben wir halt das gesehen, was wir von Frankreich schon so häufig gesehen haben. Die sagen halt dann, ja cool, geil. Dann, ihr kennt ja, wir haben die Zufahrtswege ja beschrieben. Also wir stehen jetzt wieder in Position, dann macht ihr jetzt einfach mal. Und übrigens, wir schicken jetzt jeden gewonnenen Ball lang auf unser kleines Go-Kart. Viel Spaß, ihm hinterher zu rennen. Ach, und übrigens, mir tut was weh. Ich bleibe jetzt mal kurz liegen. Genau, ja. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen, ja. Nee, aber genau das hat mich vielleicht ein bisschen frustriert. Also es gab noch diese absolut wunderbare Situation in der 56., wo Mathieu Di mit der Hacke auf Mbappé und dann Mbappé mit der Hacke auf Giroud und der, boah, also. Vor allem, das war so ein zartes Hackenzuspiel. Es gibt ja dieses, dass du die Hacke gegen den Ball dotzt und quasi der Ball aus dem Stand heraus so gekickt wird mit der Ferse und es gibt quasi die sanfte Hacke. Also das, was, also er hat ja den Ball so gestreichelt und über den Ball so drüber gestreichelt. Ach, wunderbar. Ja, also was mich frustriert hat, war, Belgien hat ja Frankreich mehr Räume gelassen in dieser Phase. Hazard war plötzlich nicht mehr da, der hat Pavard nicht mehr beschäftigt, der ist stärker nach innen gezogen, war aber vom Gefühl her weniger ins Spiel eingebunden dadurch. Also da war eine riesige Lücke plötzlich und ich hatte mir einfach gewünscht, dass Frankreich das jetzt auch dann wirklich mal ausnutzt und sie waren aber, wie ich gerade gesagt habe, sie schienen zufrieden zu sein mit diesem 1-0, das hat mich frustriert einfach und das ist jetzt schon das, das wiederholte Male, dass sie, sie werden, finde ich, unkonzentrierter in ihren Aktionen oder nein, in ihren, sie werden weniger hungrig in ihren, ja, sie werden weniger, genau, sie werden unkonzentrierter in ihren Kontern, sie werden weniger hungrig halt an und es passierte nichts und, ja, Frankreich, ja, wie du sagst, das schickte sein Go-Kart oder, ähm. Ja, aber man könnte dann da unter diese ganze Leistung natürlich auch das Prädikat oder das Adjektiv clever schreiben. Ja, klar. Also meinem Gefühl, ich gebe dir in allem recht und vor allem hinten raus hätte das 2-0 fallen müssen. Es gab eine 3-gegen-3-Situation, da hatte man den Eindruck, man hatte den Eindruck, man konnte dem Stürmer, ich glaube, es war Mbappé, dem ballführenden Spieler in den Kopf gucken, dass er sich gedacht hat, oh no, was soll ich jetzt tun? Solle, wollen wir jetzt an die Eckfahne oder, ach, was mache ich denn hier eigentlich gerade für ein Stereotyp aufs? Tut mir leid. Ne, wollen wir an die Eckfahne oder spielen wir das jetzt aus? Was machen wir jetzt eigentlich? Ach, ich weiß es gar nicht, huch, der Ball ist weg. Wo man sich gedacht hat, boah, ey, ein bisschen mehr Killer-Instinkt und ihr hättet jetzt den Deckel drauf gemacht und alles wäre Feiergewicht. Ganz ehrlich, Max, mir ging das sogar in dein 93. Müll schon noch so, als Tolisso da auf dieses Tor zulief, ja. Ja, der musste auch überhaupt nicht was machen. Und ich mich echt gefragt habe, ich meine, der war frei, ja, und der lief dermaßen in Zeitlupe auf den Torwart zu, dass ich mich echt gefragt habe. Also ich hätte mich nicht gewundert, wenn er anschließend gesagt hätte, ja, wir haben uns das vorher mathematisch ausrechnen lassen und nach einem Tor kommt ja wieder ein Anstoß und dadurch gibt es eine Möglichkeit des Gegentreffers zu 7,45 Prozent und deswegen ist es besser, wenn ich den Ball jetzt so schieße, dass der Torwart ihn zur Ecke ablenken muss, weil dann hat er noch, dann haben wir ihn wieder. So, also, mach das Ding rein. Ich glaube, da überinterpretierst du. Ich glaube, Tolisso wollte das Tor ganz hart schießen, also er wollte es unbedingt. Warum glaube ich das? Weil das allen Bayern-Spielern bei dieser WM so ging und alle auch daran gescheitert sind. Aber ja, wobei, ich habe jetzt schon hier in einem Spruch ja schon etwas Kritik fallen lassen oder angedeutet an der Art und Weise, wie Frankreich dann Zeit von der Uhr genommen hat. Man muss aber sagen, abgesehen von Mbappé, der da, gut, er ist sehr, sehr jung, ist es ein WM-Halbfinale, war aber nicht ganz so die ganz große Schule des Fußballs, wie er da Zeit von der Uhr genommen hat. Ansonsten fand ich aber, dass Frankreich alle Legitim-Wege genommen hat. Ja, ich möchte es mal nochmal betonen, also dieser, 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 dieser theatralische, dieser theatralische Aussetzer da, oh hoppla, mir ist jetzt der Ball aus Versehen aus der Hand gesprungen. Warte, lass mich schnell auf ihn holen, damit ich ihn nochmal können und nochmal wegkicken kann. Schiri hat mich geschubst. Also. Ja, aber der Typ ist 19, er wollte Zeit von der Uhr nehmen. Und ansonsten haben sie ja... Vor allen Dingen, Moment, ich muss auch noch... Ich muss auch noch... Es gibt, es gibt natürlich eine Sache, ich weiß nicht, ob die im Kopf der, der Mannschaft da war, die auf dem Feld war. Es gibt natürlich eine, es gibt eine große Szene, die sich jedem Franzosen ins Gedächtnis eingebrannt hat. Das ist die Episode 93, Quali für die WM, David Ginola gegen die Bulgaren. Wo auch eine Situation ist, wo sie an der Ecke stehen, die Ecke kurz spielen und dann Ginola auf die grandiose Idee kommt, eine Flanke zu versuchen, die hoch übers Tor fliegt, auf die andere Seite und dann greifen die Bulgaren an und Kostadinov schießt das Tor und Frankreich ist nicht bei der WM dabei. Keine Ahnung, ist ewig lang her. Das sind alles Profis, die haben vermutlich haufenweise andere Situationen gehabt, aber gerade aus französischer Sicht weiß man, was passieren kann, wenn man zu unbedarft angreift der letzten Minute. Ja, sehr gut, dass du das nochmal, das hätte ich ehrlich gesagt nicht mehr gewusst. Ich wusste noch, dass der Name Ginola irgendeine Bedeutung hat, also quasi über den Spiel hinaus. Ich wusste noch quasi, dass das für eine Szene steht. Ich hätte es jetzt aber überhaupt nicht mehr auf die Platte bekommen. Ja, du hast recht, es war nichts davon, war gegen die Regeln oder also wenig davon. Du kannst auch wieder sagen, meine Güte, diese Zeitspiel muss ja auch klug gemacht werden, gemeinsam. Es reicht ja nicht, wenn einer es macht. Du musst es ja auch im Team dann genau wissen, wie du dir dann Doppelpass zuspielst. Da scheint schon Team-Spirit auch drin zu sein. Mir gefällt es trotzdem nicht. Ja, ich finde es auch. Also es ist legitim, aber man darf ja auch legitime Dinge doof finden. Und ich habe das ja dann auch nach dem Spiel getwittert. Ich bin ernüchtert aus diesem Spiel herausgegangen und das hing nicht damit zusammen, dass ich es Frankreich nicht gegönnt hätte. Belgien wäre die etwas schönere Geschichte gewesen, aber das ist ehrlich gesagt jetzt egal. Selten werden die schöneren Geschichten so wirklich geschrieben im Fußball, wenn man mal ehrlich ist. Frankreich hat das EM-Finale zu Hause auch nicht gewonnen. Ja, das stimmt. Wobei da halt Portugal gewonnen hat, die ihr EM-Heimfinale damals verloren hatten. Das mit einem verletzten Cristiano Ronaldo. Also Mangel an Geschichten gab es da auch nicht. Möchtest du mir jetzt etwa sagen, egal wie man es dreht, es gibt immer irgendwie eine Geschichte, die man einem Sieg zuschreiben möchte? Kaum zu glauben, oder? Kaum zu glauben. Nee, aber was ich eigentlich sagen möchte ist, ja genau, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass im Grunde wusste man ja, was passieren würde, sollte Frankreich in diesem Spiel in Führung gehen. Und vielleicht haben wir einfach nur das Spiel gesehen von Belgien auch, wie es auch gegen Brasilien hätte laufen können, wenn Brasilien in Führung gegangen wäre. Vielleicht mit ein bisschen einem anderen Akzent. Also Brasilien hätte auch ein bisschen mehr noch versucht, auch selbst den Ball zu haben. Aber es war eben dann einfach absehbar, dass es sehr schwer würde für Belgien und denen war so ein bisschen der Stecker gezogen. Und deswegen war es ein gemeinsames Warten auf den Schlusspfiff. Und zwar nicht nur die Mannschaften haben irgendwie drauf gewartet, Belgien auch. Und die waren fast so ein bisschen fatalistisch, fand ich, in manchen Aktionen schon relativ früh in der zweiten Halbzeit. Auch der Märzenswechsel hat da gar nicht mehr so viel verändert. Und die ganzen Zuschauer waren auch so ein bisschen abwartend. Und vielleicht kam da auch so noch die Gemengelage mit rein, dass auch die Stimmung im Stadion, man merkt es schon bei dieser WM, dass es in einem Land ist, in dem das nicht komplett überflutet ist, gerade von Franzosen und von Belgiern. Und dass da noch viele andere Nationalitäten im Stadion sitzen, die sich ein Spiel erstmal angucken und sich dann entscheiden, was sie toll finden oder nicht. Also irgendwie so insgesamt hat es so ein Cocktail aus Dingen gegeben, wo ich mir dachte, im Grunde hätte man auch eine 75. sagen können, okay, tschüss, danke, ciao, war nett. Wir sehen uns dann im Finale und ihr anderen dürft jetzt noch ins Spiel und Platz drei. Viel Spaß damit. Ja. Ja, es war ja auch ein sehr faires Spiel. Du hast auch gemerkt, dass viele von denen auch im Verein zusammenspielen, also gerade von französischer Seite aus, war im Vorfeld auch sehr, ja, fast liebevoll dieses Derby gegen Belgien, was ganz lange Tradition hat. Und ich weiß nicht, ob die Belgien das auch so sehen, ich habe in meinen Weltreisen festgestellt, dass immer das größere Land häufig deutlich liebevoller auf diesen kleinen Nachbarn schaut, als der kleine Nachbar tatsächlich auf den großen. Die sagen dann meistens immer, ja, nee, umarmt das mal nicht zu fest, bitte. Aber ja, also es war eine respektvolle Sache von beiden Seiten. Martinis hat sich auch sehr, sehr, ja, also fand ich sehr fair und sehr groß geäußert, anschließend über Frankreich. Es war sicherlich für die neutralen Zuschauer nicht das Hurra-Spiel, was man vielleicht hätte erwarten können. Und wie gesagt, ich werfe es der Versorgung vor, dass sie da nicht diese 2-Zone gesucht haben. Und ich frage mich tatsächlich auch im Blick auf ein mögliches Finale, ob irgendwann dieses Flirten mit dem Abgrund dann doch mal bestraft wird. Weil der Fußball ist halt so, da kann auch mal eine Situation aus einem Standard oder aus einer Einzelaktion entstehen. Gerade gegen Engländer zum Beispiel. Ja, klar kann es schon. Die bisherige Fußballgeschichte, die jüngste Fußballgeschichte, wenn wir uns mal angucken, mit welcher Art Fußball Real Madrid zum Beispiel jetzt dreimal hintereinander einen Champions-League-Titel geholt hat. Da kann man schon recht einfach Parallelen ziehen und sagen, okay, dieses erstmal den Gegner machen lassen und auf die eigene Qualität setzen, geht schon in vielen Fällen gut, wenn die Qualität eben einfach da ist. Und das ist sie unbestritten. Was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, als wir vorhin über Belgien gesprochen haben, ich will es nur einmal kurz gesagt haben, sehr interessant, dass man da gewechselt hat zwischen 3er- und 4er-Kette. Also gegen den Ball eine 4er-Kette, was ja ein bisschen untypisch ist für Belgien, die sonst in der 5er-Kette gerne gespielt haben. Und mit dem Ball ist dann Chudli weiter nach vorne gerückt und dann war es eine 3er-Kette im Aufbau. Und dann eben ein klassisches 3er-Kette mit zwei sehr hoch postierten und breit stehenden, nach vorne geschobenen Außen. Fand ich interessant, das zu sehen, hat man auf dem Niveau schon länger nicht mehr gesehen, finde ich, dass so eine Grundformation tatsächlich sich entscheidend in der Positionierung auch verändert. So, wir müssen glaube ich dann mal aufs andere Halbfinale gucken, David. Auch wenn wir zwei, ich merke das, wir könnten noch ewig über dieses Spiel sprechen und über irgendwelche Geschichten von 1993 und so weiter. Aber es bringt uns ja nicht, also klar bringt es uns weiter, aber wir müssen ja einen Platz machen. Ich habe noch einen Rausschmeißer, also zu einem Internet-Meme, aber den kann ich entweder jetzt bringen oder ich kann ihn ganz am Schluss bringen. Bring ihn bitte jetzt. Gut. Ist dir aufgefallen, vermutlich in deutschen Streams nicht so sehr, dass Deschamps auffallend häufig mit einer Katze abgebildet wird in letzter Zeit? Nein, ehrlich gesagt nicht. Sorry. Nein, wie gesagt, ich glaube es ist eine frasörische Sache, weil es auch ein frasörischer Ausdruck ist. Also es gibt, ähm, 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 äh, es gibt den Ausdruck mittlerweile, äh, la chatte adede, also die Katze von, von Deschamps und das, äh, kommt auf den frasörischen Ausspruch, äh, aborde la chatte, das heißt so wie es wie Schwein gehabt hat, äh, Glück gehabt. Okay. Wobei es noch so ein leicht vulgärer Ausdruck ist, weil, ähm, also es ist mehr so die Muschi-Katze, ne, die weibliche Katze irgendwie. Ähm, und, ähm, Deschamps wird, ja, lange Zeit unterstellt, dass er als Trainer immer sehr, sehr viel Glück gehabt habe. Unter anderem, weiß ich nicht, bei den Franzosen mit dem Turnierverlauf und den Gegnern und so weiter. Ist nicht, ist streng genommen wieder sowas, wo man einem Trainer ein bisschen die Klasse abspricht oder nicht sieht, dass er zum Glück auch gute Entscheidungen gehören. Und dafür würde ich das durchaus mal in Frage stellen, aber das jetzt mal nebenbei, ähm, und es wurden dann eben im Vorfeld von Uruguay zum Beispiel, gab's eine Karikatur, wo, äh, eine Katze Cavani ins Bein beißt. Mhm. Ah, okay. Also, die, die Katze von Deschamps hat wieder zugeschlagen und sie haben wieder Glück und sie kommt gegen die Uruguayaner weiter. Und, äh, es gibt ganz wunderbare Bilder jetzt also von Deschamps, wie er irgendwie die Katze sich gegenträgt oder, ähm, Lekip hatte, ähm, vor, vor dem Spiel gegen Belgien haben sie einen, äh, Cover von Tim und Struppi, äh, auf die Startseite genommen, äh, mit der emblematischen, äh, Rakete, dieses, äh, wo sie zum Mond fliegen, dieser, ähm, weißrot gescheckten Rakete und da fährt dann der, äh, das Auto von Frankreich auf die Rakete zu und die Belgier stehen davor und wollen es verhindern und da ist auch die Katze mit an Bord und so weiter und so weiter. Also, falls irgendjemand irgendwie Deschamps und eine Katze begegnet. Sehr gut. Da kommt's her. Vielen Dank. Jupp Heynckes hat Kando, äh, Deschamps hat seine Katze. Ich möchte, wenn wir jetzt bei diesem Themenkomplex sind, dann möchte ich einen Twitter-Account empfehlen und zwar Footballers with Animals. Ja. Der wird, ist ein bisschen, äh, schwierig bei Twitter zu finden. Ihr müsst Footballers ohne Vokale schreiben, also so wie der DFB es schreiben würde. Und Animals könnt ihr dann ganz normal schreiben, dann findet ihr diesen Account. Ich möchte ihn euch sehr ans Herz legen. Er ist wundervoll und hat mir schon viele, viele Lacher ins Gesicht gezaubert. Wo sich die Frage stellt, David, wie viele Lacher in meinem Gesicht wird es heute Abend geben, während ich Kroatien gegen England gucke? Was prophezeist du? Das kommt natürlich drauf an, für wen du bist. Und, äh, ich würde halt, ich, ich würde halt gerne nochmal dieses Kroatien, in der ich gegen Argentinien gesehen habe. Ich war sehr enttäuscht von Kroatien gegen Russland. Ähm, äh, ich hab's wohl gemerkt mit kroatischen Nachbarn geschaut. Was dann die Stimmung hier deutlich gehoben hat, dass man auch über an dem konsumierten, äh, konsumierten Getränken gelegen haben. Und daran, dass man zusammen mit Leuten war, die halt für eine Mannschaft gehalten haben. Das, ähm, hilft ja immer sehr, wenn man irgendein Spiel schaut. Aber, ähm, diese, ja, diese wunderbare Idee, äh, Rakitic und Modric zu befreien, indem man Brozovic auf die Sechser stellt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass Russland einfach nur gut verteidigt hat oder ob da irgendwas im System zerbrochen ist. Vielleicht kannst du es mir sagen. Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, also ohne jetzt wieder in die tiefe Analyse des Russlandspiels einsteigen zu wollen, aber es hing zu viel an Modric. Und das, was gegen Argentinien so gut funktioniert hat, war, dass, dass Brozovic, Rakitic und Modric, jeder für sich und jeder in seinem Aufgabenbereich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Und das war einfach wunderbar mit anzuschauen und dann hatte man auch das nötige Spielverlaufsglück, was auch mit dazugehört, darf man nicht aussparen. Argentinien war da jetzt auch nicht komplett chancenlos in der ersten Halbzeit, dass das gut ging. Und die Frage ist halt, dahinter steht ja so ein bisschen eine Systemfrage, ein 4-1-4-1 oder etwas mit einer Doppel-6, oh, ja, genau, mit der Frage, wie bindest du Rakitic und Modric ein? Sind die beide die Sechser und einer stößt eher nach vorne, das ist dann Modric? Oder ist nur einer davon ein Sechser und der andere wird auf die Zehn gestellt und bekommt noch einen Nebenmann? Wie, wie möchtest du es machen? Und da bin ich selber mir auch nicht ganz sicher, wie ich das gegen ein England machen würde, dass vom Spielaufbau her, klar, flügelfokussiert ist, sind sie schon alle, wo aber Pässe aus dem Zentrum schon immer eine Rolle spielen. Also das Zentrum musst du schon dicht machen und da ist jetzt zwar nicht die, das ist eher so die größte offensive Baustelle von England, aber deswegen kannst du dich trotzdem nicht komplett drauf verlassen, dass du das mit einem Brozovic schließen könntest, diese Baustelle. Deswegen, mein Gefühl war so, dass das, was Kroatien gegen Argentinien gezeigt hat, so war vergleichbar mit dem ist, was Belgien gegen Brasilien gezeigt hat. Für einen Gegner hatte man einen sehr, sehr guten Plan, der hat in diesem Spiel auch funktioniert. Zur Wahrheit der Geschichte gehört aber auch eine Retrospektive, dass sowohl Brasilien sehr gut gegen Belgien hätte unentschieden oder spielen können und in die Verlängerung kommen und dass Argentinien auch vor allem in der ersten Halbzeit Feld überlegen war und dann in Konter gelaufen ist in der zweiten Halbzeit. Und zur Wahrheit gehört auch, dass Argentinien insgesamt im Turnier gar nicht so gut war. Genau, genau. Das ist wie das, wenn du in der Bundesliga am Anfang der Saison gegen einen Verein gewinnst und dich freust und plötzlich merkst, er kämpft gegen einen Abstieg. Vielleicht war das gar nicht so viel wert. Genau, und dann hast du bei Kroatien noch personell ein paar offene Fragen. Die größte davon ist Vazelko, ob er spielen können wird. Die Tendenz geht eher dazu, dass er nicht spielen kann. Und das ist tatsächlich eine Schwächung, denn der hat auf dem rechten Flügel immer für ganz ordentlich Betrieb nach vorne gesorgt, vor allem weil er sehr hoch positioniert ist, wenn Kroatien den Ball hat. Das heißt, den hat man auch wirklich häufig dann in Situationen am gegnerischen Strafraum gesehen. So ein bisschen kann man ihn, jetzt nicht von der Spielweise her, aber von der Einbindung ins Spiel her kann man ihn schon mit Joshua Kimmich ein bisschen vergleichen. Sollte er nicht spielen können, wird das halt auch wieder einiges verändern. Dann wird vermutlich Kohl Luka dann auf seine Position rücken, der aber ein deutlich defensiverer Spieler ist. Ja, er hat mir auch sehr stark gefallen, jetzt wieder gegen Russland eigentlich. Ja, und wenn ich auf die Aufstellung da schaue, es ist eine tolle Mannschaft eigentlich mit den Außen, mit Rebic-Perisic, starke Innenverteidiger. Also insofern wäre es mir fast, ich könnte mit beiden leben im Finale, von der Geschichte her. Ja, natürlich. Ich glaube, England wäre der größere Brocken für Frankreich, meinem Gefühl nach. Denn Kroatien, also Kroatien würde, glaube ich, an der Cleverness von Frankreich scheitern. Einfach nur jetzt ein Gefühl, ich kann das jetzt nicht. Ja, dafür hätte Kroatien, glaube ich, dass vielleicht allein von der Paarung her stärker das Gefühl, dass sie den Underdog spielen können. Ja, aber würden sie, glaube ich, nicht machen können, weil Frankreich einfach sagen würde, ja nee, wollen wir ja gar nicht. Also klar, klar könnt ihr uns den Ball geben, aber wir schicken nur vier nach vorne. Also, weißt du, das meine ich mit an der Cleverness scheitern und bei England ist das große Pfund und das ist keine Plattitüde, bei Standards gefährlich zu sein. Das kann dich bis in ein WM-Finale tragen und genau das kann jetzt auch bei England passieren. Bei denen ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, wie werden sie mit diesem Spiel umgehen können? Es gibt halt auch eine nette Geschichte zwischen England und Kroatien, also sowohl, dass Kroatien mal durch einen Sieg unter Niko Kovac, also als Spieler noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie mal dadurch die EM verpasst haben. Gleichzeitig hat England aber auch mal durch zwei Tore von Wayne Rooney 4 zu 2 gewonnen und ist in der EM 2004 weitergekommen. Zwei Jahre später, also 2010, dann gab es ein 5 zu 1 im direkten Vergleich im drittletzten Spieltag und eine 0 zu 1 Niederlage gegen den Rivalen von Kroatien-Ukraine und das hat dann im vorletzten Spiel die WM-Teilnahme gekostet für Kroatien. Also die haben quasi eine gemeinsame Geschichte, die sogar noch ein bisschen weiter zurückgeht. Ich habe jetzt auch erfahren, also durch diese kroatischen Nachbarn, dass die Kroaten das Ausscheiden in 98 immer noch nicht ganz verwunden haben, als Thüram da sein Double gegen Kroatien geschossen hat. Das tat denen noch weh, als ich dann gesagt habe, ich sei Franzose. Hätten sie sich von da wieder rausgeschmissen. Ja, also und ich meine, man hat, das Interessante wird sein, das Klischee über dieses Spiel ist, dass es etwas physisch wird, dass es nicht ganz so fair und spielerisch ablaufen wird, wie gestern bei Frankreich gegen Belgien. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher. Klar, das kann passieren, wenn sich so ein Spiel hochschaukelt, aber im Grunde hat man eigentlich schon die Ingredienzien für ein schönes Halbfinale, was auch fußballerisch schön werden wird. Denn England hat definitiv eine Qualität, die es ganz lange nicht hatte, die vor allem damit zusammenhängt, dass man sich mit Passkombinationen aus Situationen raus kombinieren kann. Und Kroatien hat einfach diese unglaubliche Power nach vorne. Also du hast ja die Namen schon gesandt. Perisic, Rebic, Kramaric, Mandzukic, Modric. Nehmen wir Rakitic noch so zur Hälfte mit rein. Ja, unglaublich. Das sind alles Leute, die aus dem Stand etwas machen können. Und mit dem Stand meine ich quasi tatsächlich, sie stehen mit dem Ball am Fuß, ihr Gegenspieler steht einen Meter von ihnen weg. So, go for it. Und dementsprechend könnte das auch einfach nur vielleicht auch das schöne Halbfinale werden, dass man vielleicht von Frankreich gegen Belgien etwas mehr erwartet hätte. Du Optimist. Ja, aber ich finde, wann, wenn nicht Deutschland im Jahr 2018, wäre Zeit für Optimismus. Ich meine, ich lebe hier in Bayern, wie soll ich denn sonst durch meinen Alltag kommen? Ja, okay, du möchtest diesen Optimismus nicht halten, ich merke das schon. Ja, ich schwebe ja gerade Herr Wolke, insofern alles gut. Ich würde auch sagen, bevor wir uns weiter ins Spekulieren verlieren, dann lassen wir das an der Stelle bestehen. Ich glaube, man bekommt sehr, sehr viele sehr detaillierte Vorschauen auf dieses Halbfinale. Das ist ja ab irgendeiner Turnierphase nicht mehr das große Problem. Und dann warten wir das einfach ab und freuen uns einfach darauf, dass wir jetzt noch drei WM-Spiele vor uns haben, davon zwei von Relevanz. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das waren jetzt fast vier intensive Wochen. Wir haben jetzt WM-Tag Nummer 28. Jetzt müsst ihr es wirklich genießen. Also ein bisschen weniger meckern, einfach zurücklehnen, als wenn man es mit Deutschland hält. Dann hat man jetzt sowieso keine Aktien mehr in dieses Turnier. Es ist ganz interessant, was es mit so einer Betrachtung von einem Turnier macht, auch mit der Berichterstattung. Jetzt gucken wir es uns einfach an und der David ist ja sowieso völlig tiefenentspannt und erwartet nur noch den Gegner, den man dann wieder auf die holprigen Außenzufahrtswege schickt und einfach abkocht. Und dann eine Wiederholung des Finales von 98 bitte, wie wir vorhin schon gesagt haben. Muss ja jetzt so sein. Das muss ja jetzt so sein, genau. Ich habe gerade überlegt, wie es Brasilien noch schaffen soll. Aber dann fiel mir ein, wie wir das vorhin angesprochen haben. Ja, die Chancen stehen gut. Es muss trotzdem alles noch gespielt werden. Es könnte natürlich auch eine Finalniederlage, ein Trauma auslösen, was die zweite Finalniederlage innerhalb von zwei Jahren wäre. Aber das ist alles jetzt Spekulationen, warten wir es ab. Es stehen nur noch tolle Mannschaften im Turnier, über die man viele Geschichten zu erzählen hätte. Jede hätte es für sich irgendwie verdient gehabt. Belgien auch. Eine von denen wird es werden. Wir werden mit allem leben können. Es ist eine würdige WM, finde ich. Ja, sehr schön. Dann danke ich dir, lieber David. Wir gucken mal, ob wir dich nochmal irgendwann hören können. Hier im Rasenfunk ist noch nicht ganz klar. Schauen wir einfach mal. Sollten wir uns nicht mehr hören, dann wünsche ich dir einfach nur ein wunderbares Finale, in welcher Konstellation du es dann auch gucken wirst und zu welchem Zeitpunkt. Und dass du es genießen kannst. Vielen Dank dir, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst. Danke für deine unglaubliche Mühe, diesen wunderbaren WM-Rasenfunk gemacht zu haben. Ach ja, es lohnt sich ja allein schon für die Gäste, mit denen ich jeden Tag sprechen darf. Das ist echt immer, als würde man sehr, sehr nette Freunde zu sich einladen und dann einfach eine Stunde über Fußball sprechen. Und das läuft halt nebenher noch eine Aufnahme. Also das macht echt und naja, wir haben uns ja auch schon verquatscht. Das ist es doch auch, oder? Ja, das ist es auch. Es ist echt wunderbar. Also es ist eigentlich Eigennutz, was ich hier mache. Also danke dir, lieber David, at ngongongvn, hört auch 93, da hört man diese wunderbar sonore Stimme häufiger. Und wir hören uns morgen wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, dann zum Halbfinale Kroatien-England. Ciao. Ciao. Ciao.